Willkommen, wir haben so wie gerade drüben. Ja, wir haben uns vorgenommen, auf dem Kongress einen Vortrag zu dem Status unseres autonomen Systems zu halten. Und davor, bevor wir den aktuellen Status mal darstellen, wollen wir eigentlich mal erklären, warum wir das überhaupt getan haben. Und aus welchem Problem heraus wir überhaupt dann gekommen sind, dass wir halt ein eigenes AS haben. Und welche Schritte wir dafür getan haben, das zu bekommen. Und warum das aus verschiedenen Gründen vielleicht sinnvoll ist und was vielleicht dabei nicht so gut ist. Und wie es funktioniert. Und wie es funktioniert, ja genau. Also zuerst, genau, betrieben wird das autonome System im Grunde von einem Team von verschiedenen Menschen. Die legale Entität, in der das betrieben wird, ist der Freiburg 100GV. Das heißt, der ist derjenige, der sozusagen rechtlich da als Organisation steht. Und das Team besteht aktuell aus vier Personen. Plus einer besonderen Person, der Mr. Apius. Genau, das ist zu meiner Rechten Barossa. Ich heiße Thomas, das ist Lars, Claudi und Daniel. Ja, die Frage, die sich ja manche Menschen erstellen, und warum wollen wir erläutern, warum wir zu Opfer gekommen, dass wir als selber Präder geworden sind. Als ich zu Freifunk dazukommen bin, das war irgendwann im letzten Jahr glaube ich, haben wir hauptsächlich irgendwelche ausländischen VPN-Anbieter benutzt. Das heißt, der VPN, der konzentriert wurde auf dem Saubersystem, über das dann halt verschiedene Knoten, zu dem Zeitpunkt ca. 200, auf das Internet zugegriffen haben. Damit kommen halt verschiedene Probleme ans Tageslicht. Das ist halt hauptsächlich Verbindungs-Performance. Aber irgendwann hat man halt auch eine maximale Anzahl von Kunden vielleicht erreicht. Genau, dann haben wir das Thema, dass es halt sozusagen gefühlt irgendwie auch eine Grauzone ist. Das heißt speziell, wenn man halt mit irgendwelchen öffentlichen Institutionen oder sowas spricht, dann haben die halt ein negatives Bauchgefühl, überhaupt irgendwie mit jemandem zusammenzuarbeiten, der seinen Traffic im Ausland ausgibt. Auch wenn das vielleicht nicht verboten ist, fühlt sich das vielleicht aber auch komisch an. Oder Menschen glauben, es sei verboten. Genau. Und ja, zu dem Zeitpunkt war halt die Performance Mies. Und ja, da war Mick da. Der sitzt da vorne. Genau. Der hat Oliver getroffen. Die haben miteinander gesprochen. Und Daniel war auch dabei. Und dann kam es so, dass... Das ist es skaliert. Das ist es skaliert, ja. Dann kam sozusagen die Idee, wie macht man das denn jetzt richtig, sodass es skaliert und dass man das vielleicht in Deutschland tut. Und ja, so sind wir, muss ich sehen, in jedem Moment entstanden. Und dann halt eigentlich das zu tun, was ein normaler Provider auch tut, ja. Das heißt, was tut ein normaler Provider? Der holt sich irgendwoher IP-Adressen. Und der besorgt sich irgendwoher halt ein autonomes System. Olli wusste schon, was das ist. Ich hatte da auch schon mit zu tun. Und ja, hauptsächlich haben wir dann auch ein anderes Problem damit gelöst, was wir vielleicht bei den großen Mieter, bei denen man sich eine Kiste mietet und dafür auch wirklich hat. Und zwar ist es das IP-Use-Problem. Das heißt, ich kann zwar auf einem Subnetz einen IP-Use-Kontakt eintragen, aber der IP-Use-Kontakt wird halt nicht in allen Belangen kontaktiert, sondern in manchen Belangen wird halt auch der Betreiber eines autonomen Systems quasi kontaktiert. Das heißt, wir brauchten im Grunde IP-Adressen, wir wollten eigentlich Redudanz haben und wir wollten eigentlich das Routing selber bestimmen. Genau. Der Weg, der dann da ist, um das zu tun, heißt im Grunde dann halt ein autonomes System. Was ist ein autonomes System? Die Definition davon, die heißt einfach, dass jetzt mehrere Router existieren, die unter einer Administrativ-Patrolle stehen. Das heißt, wir betreiben momentan halt sechs Router, von denen zwei tot sind. Und die werden halt von einer Gruppe von Personen betrieben. Das ist dann halt bei Definition ein autonomes System. Ein Verbund von Routern, die untereinander Daten austauschen und sich nach außen als eine Einheit darstellen. Ja, das autonome System, was wir halt bekommen haben. Wie man das bekommt, erzähl ich gleich nochmal. Das heißt AS201701, für die Sie sich fragt haben, wo diese Nummer herkommt. Die bekommen wir zugewiesen von der RIPE in Europa. Und ja, darfst du dein Zitat bringen? Ja, das ist, wie soll ich zitieren, die ganz normale Provider-Technologie. Das hat ein uns, ein sehr urgesonderer Mensch aus Karlsruhe gesagt, der GPM. Nur Freiburg, bevor wir haben gesagt, ja, einfach mit deinem Backbone. Und das ist dann die ganz normale Provider-Technologie. Damit war die ganze Abwandlung erledigt. Ja. Wir wollen vielleicht noch ein bisschen weiter ziehen. Ja, die RIPE, die habe ich gerade erwähnt. Die RIPE ist eine von verschiedenen Regional Internet Registries. Da gibt es halt noch welche für andere Kontinente. Die RIPE ist die für den europäischen Kontinent. Die Verteilung für diese Regional Internet Registries kann man jetzt auf der Karte malen. Genau, was man tun muss, ist im Grunde, man muss eine Local Internet Registry werden. Das ist sozusagen in der Hierarchie eine Ebene tiefer. Das heißt, man wird selber Mitglied. Und man bekommt dann halt einen IP-Adress-Block zugewiesen. Man kann den nutzen. Man kann halt auch autonome Systeme und dann halt autonome Systemnummern dann beantragen. Daher kommt die Zahl 201701. Wir haben halt den Antrag gestellt, ein autonome System zu bekommen. Und die haben uns diese Zahlen dazu gewiesen. Und das ist die, mit denen unsere Router sich gegenüber anderen Routern identifizieren. Ja. AS haben wir gerade gesagt, sind im Grunde ein Zusammenschluss von autonomen Systemen. Äh, wir sind im Grunde ein Zusammenschluss von Routern. Und wir bilden ein autonomes System. Das heißt, ein Autonomes System kann aus einem Router bestehen. Kann aus zwei Routern bestehen. Kann auch aus, ja, tausende von Routern bestehen. Und die treten nach außen hin gegenüber anderen immer mit derselben Autonom-Systemnummer auf. Da ist das zu erkennen. Ähm, und ein Weg zu einem Ziel im Internet. Also man kann sich das so vorstellen, dass in einem normalen Heiden-Netz merkt, hat man ja ein Subnetz. Das weiß ich nicht, 19268, irgendetwas. Und in diesem Subnetz gibt es halt, weißt du nicht, der Fritz-Box zum Beispiel. Und diese Fritz-Box, die hat halt eine Vierdrasse und die ist das Gateway. Die trägt man im PC ein, das ist dann vielleicht die 1 oder sowas. Und der Computer, der schickt alles halt zu dieser Fritz-Box hin, was er selber nicht kennt. In der Regel hat der Computer halt nur eine Netzwerkverbindung. Das heißt, er kennt das lokale Netzwerk, die ist 19268, irgendwas. Und alles andere, was er nicht kennt, schickt er zu dem Default Gateway hin. Oder Default Router. Das heißt, der ja kennt dann halt alles weiter. Oder in dem Fall hat er eine Verbindung zur Telekom, die dann halt alles weiter schicken kann. Im Internet hat man erstmal gar keine Routen. Das heißt, man kennt nur die direkt miteinander verbundenen Netzwerke. Das heißt, ein Router, der halt sozusagen jetzt mit anderen Netzwerken verbunden ist, bekommt die Informationen per BGP, das ist ein Routing-Protokoll, welche Netzwerke sozusagen von diesem anderen autonomen System gehostet werden. Das heißt, welche Netze sind in diesem autonomen System vorhanden, darüber tauschen sich die Router per BGP aus. Das heißt, man kennt nicht nur das eigene Netzwerk später in der Routing-Tabelle, sondern man hat dann halt auch die Netzwerke der direkten Nachbarn. Das nennt man dann Peering. Das heißt, eine Verbindung zum Beispiel zwischen AS3 und AS2 in diesem Schaubild, das nennt man dann halt Peering. Das heißt, wenn die jetzt miteinander peeren, kennt der AS3 die Routen von den Netzwerken von AS2, und das AS2 kennt die Netzwerke von AS3. Das heißt, die tauschen Netzwerke aus, dann können sie direkt miteinander reden. Dadurch erreicht aber jetzt im Grunde AS3 noch nicht alle anderen autonomen Systeme. Dafür braucht man was anderes, das ist das sogenannte Transit. Das heißt, in dem Fall, wenn ein autonomes System Datenverkehr entgegennimmt, der nicht für das Autonomes System bestimmt ist, dann spricht man von Transit. Das heißt, das macht zum Beispiel Level 3, das ist ein großer Transit-Provider, das macht American Electric, das macht Latili Asunera, AT&T. Die nehmen Datenverkehr an und schicken den für Geld dann halt an das eigentliche Ziel, was man selber nicht direkt erreicht. Jetzt gibt es sozusagen eine Metrik, nach der entschieden werden muss, welchen Weg man nimmt. Das ist in dem Fall dann halt die, also in erster Linie erstmal die Anzahl der autonomen Systeme auf dem Weg zwischen mir, der Quelle und dem Ziel. Das heißt, wenn man das jetzt mal weiterdenkt, kann das ja beliebig komplex miteinander verbogen sein. Und für jedes Zielnetzwerk, was ich erreichen will, was ich ja entweder über einen Transit gelernt habe oder über ein direktes Peering, das heißt die Verbindung mit einem anderen autonomen System, kann ich sozusagen vorhersagen, wie viele autonome Systeme auf dem Weg dazwischen liegen. Der Optimalfall ist, ich bin direkt verbunden, das sind halt sozusagen direkt gepipiert. Es kann aber auch sein, dass dann halt noch sehr viele andere autonomen Systeme dazwischen liegen. Zum Beispiel habe ich vielleicht zwei Transit-Provider, der eine ist besser mit einem Zielnetzwerk konnektiert, der andere schlechter. Dann habe ich vielleicht auf dem einen Pfad drei Autonomosysteme, auf dem anderen nur zwei. Und danach wird dann die Routingentscheidung getroffen. Das heißt, das ist halt die hauptsächliche Niedrigung, wenn das entschieden wird. Ja, Default-Free-Zone, das ist die Bezeichnung dafür, was ich gerade erklärt habe. Das heißt, es gibt eine Zone, in der existiert der Default erstmal gar keine Routen. Das heißt, es gibt keinen Default-Router, an den ich alles schicken kann, ich weiß erstmal gar nichts, bis ich entweder ein Netzwerk gepiert habe, dann kenne ich die Routen des Netzwerks, oder bis ich ein Transit-Provider habe, der alle anderen Netzwerke kennt. Das ist die Default-Free-Zone. In der Default-Free-Zone existieren zur Zeit halt um die 550.000 Routen. Das war die Grafikentwicklung, wie viele Routen, man spricht da auch von Präfixen, Routen-Präfix ist so ein bisschen synonym zu verstehen in dem Kontext. Das ist ja so eine Entwicklung seit 1990, bevor man da grafisch dargestellt hat, dass man sieht, wie diese Routeninformation in dieser Default-Free-Zone angewachsen ist. Das ist halt hauptsächlich ein Speicherproblem, weil man halt früher vielleicht nicht daran gedacht hat, dass die Router so viel Speicher brauchen, um zu verarbeiten. Dann haben wir einen Adressblock bekommen von der Ride und wir haben diesen Adressblock im Grunde dann halt einmal kleiner geschnitten. Das heißt, wir haben einen großen Adressblock bekommen. Das heißt, groß gibt es nur noch 1-22, das sind 4 mal 1-24, das heißt 1024 IP-Adressen. Und wir haben diesen Adressblock dann klein geschnitten, 1-24. 1-24 ist die Größe an Subnets, die man in dieser Default-Free-Zone an andere kommunizieren kann, ohne dass irgendwo gefiltert wird. Wir haben ja gerade die Grafik gesehen, es sind 550.000 Routen, verschiedene Routen, die man halt lernt, wenn man sich mit Transit verbindet. Wenn jetzt jeder seine Netzwerke in kleinere Stückchen teilen würde, dann würde diese Routenanzahl halt exorbitant steigen. So, darum ist sozusagen in den meisten Fällen Konsens, dass man ein Netzwerk nicht kleiner macht als 624. Es mag in der Ausnahme fallen vielleicht gehen, aber in der Regel funktioniert das nicht. Es gibt eine Erklärungs-Gesund-Stadt. 624 ist in Asien mittlerweile recht gekommen und es wird auch in Europa, in den USA kommen, die sind dann ja direkt. 25? Ja, 25, sorry, ja nicht. Das ist aber für kleiner. Das ist halt bei uns, die aufgrund des Magaziner-Space einfach Probleme laufen. Dass der Traffic nicht für eine optimale Fahrt nehmen kann. Einfach, weil kein IP-Space da ist. Deswegen wird es weiter deaggregiert, wenn sie zum Beschubbar werden. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben diesen IP-Adressraum aufgeteilt auf verschiedene Standorte. Dafür muss man auch was anderes über Routing generell wissen. Ein spezifischeres Präfix, wenn ich jetzt eine Liste von Routen in meiner Routing-Tabelle habe, dann gewinnt immer der spezifischste Eintrag. Das heißt, wenn man sich das mal anschaut, hier haben wir ja im Grunde einmal das 622, das ist unser generelles Präfix. Und wir haben einen Standort gebunden, das Präfix 624. Und es würden beide Informationen bei einem fremden Router in der Routing-Tabelle stehen, dann würde er sich immer für das 624 entscheiden. Das ist ein Grundsatz. Das heißt, wir haben jetzt vor Standort 1 624 zugeordnet. Damit erreichen wir, dass alle Datenverkehr, der zu diesen IP-Adressen hin möchte, immer auch zu Routern geht, die diesem Standort sind. Sollte der Standort aus irgendwelchen Gründen irgendwann mal nicht verfügbar sein, so wie jetzt gerade unser Pop in Frankfurt, dann geht der Datenverkehr automatisch zu anderen Standorten. Weil wir haben ja überall noch das 622 hier drangehängt. Das heißt, wenn Frankfurt an sich halt tot ist, dann kommt das entweder in Berlin an oder es kommt in Düsseldorf an. Automatisch, ohne dass wir eben was tun müssen. Weil das spezifische Routgepfix verschwindet, wenn beide Router sterben. Und der Datenverkehr trifft dann halt einfach in Berlin oder in Düsseldorf an. Genau. Das ist der Grund, warum wir unser Netz ein kleinere Stückchen unterteilt haben. Jo. Hast du? Boah. Nein, nein. Das ist eine Topologie, die wir da aufgebaut haben. Das Netz, so wie es da steht, haben wir aufgebaut. So im Oktober, nee September 2014 haben wir das gemacht. Bis in Oktober rein, bevor ich das noch verlassen habe. Es ging los mit Frankfurt und Düsseldorf. Das haben wir am selben Tag gemacht. Thomas ist nach Berlin gefahren. Ich bin nach Frankfurt gefahren. Wir haben die Sachen eingeschraubt, untergenommen. Und damit waren wir erstmal da. Damit waren wir heute halbes Internet. Aber auch später, im Oktober, ist Düsseldorf dazugekommen. Dann war Kongress. Dann haben wir uns was erzählt hier. Dann war Januar. Dann sah es mal noch so aus. So im Februar. So im März. So im März. So im Mai. So im Mai. Das sah es immer noch so aus. Aber im September. Da ist etwas passiert. Da ist ein neuer Link dazu gekommen. Ob da das von Da ist der Philippe Coercion-Tuber-Exchange angeschlossen worden, mit 10 Gigabit. Hast du das Datum gefunden? Nee. Das ist auf Twitter. Ihr könnt es auf Twitter. Ja, richtig. Das war mit der Schmerzen von den Onlines und den Import. Die Voraussetzung dafür ist erstmal, dass man überhaupt 10 Gigabit-Netzwerk-Interests hat. Das heißt, man muss dafür sorgen, dass der Router überhaupt diese 10 Gigabit-Verbindung gesteckt bekommen kann. Und wenn wir von Router sprechen, sprechen wir eigentlich von Server-Systemen. Das heißt, wir verwenden eine niedrigungsbasierte Routing-Plattform. Am Anfang sind wir dabei mit Quagga gestartet und haben das später halt Richtung Watt migriert, weil wir mit Quagga verschiedene Schmerzen hatten, die wir dadurch heilen konnten, dass wir überhaupt verwendet haben. Dann haben wir diese 10 Gigabit-Netzwerk-Karte eingebaut und wir haben dann festgestellt, das ist vielleicht ohne irgendeine Konfigurationsänderung vorzunehmen keine gute Idee. Weil das hat halt erstmal zu Excellente Link-Loss geführt. Das heißt, der Board ist einfach offline gegangen. Einfach mal so. Und das hing daran, dass die Quagga auf der Karte halt einfach kaputt waren. Das heißt, die gibt es auch nicht mehr aktueller als die, die da drauf war. Und für das, was wir tun, scheint das irgendwie nicht, das auf dem Mal geprüft zu sein. Also was ihr nicht kaufen wollt, das sind Hapionet-Xen-Plätze, Finger weg, niemals einsetzen. Ich mag als Faust vielleicht tauchen, aber für das Routing taucht das überhaupt nicht. Ja, das ist so. Die Linken hat es hart geflappt und es ist mitgeteilt worden, die die WCX-Karte geteilt haben. Weil der Link dauernd an und aus, das läuft nicht richtig. Ja. Das hatte zur Folge, dass wir im Grunde einmal die Netzwerkkarte tauschen mussten und wir haben dann diese Netzen-Karten gegen eine Melanox-Karte getauscht, die wir freundlicherweise von einer Gardiner Freifunker bekommen haben. Das war sehr nett. Und dann hatten wir allerdings ein neues Problem, weil dann hat nämlich unser Curler gepanickt. Das war das eine Problem gelöst, ein neues Problem da. Ja, das haben wir dann erstmal versucht, dadurch zu heilen, dass der Takt-Patch implementiert wurde. Das heißt, wir haben halt einen Stacktrace halt gehabt. Das ist verpanicked im 30-Minuten-Takt. Mit dem Takt-Patch panicte sie alle am Tag. Ja. Ja, die endgültige Lösung hat uns den Lars gebracht. Wir sind jetzt auf einem Stable ZOS-Körnel. Benutzen der WM. Benutzen der WM, ja. Und das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Seitdem haben wir keine Schmerzen mehr und die runterlaufen halt ziemlich stabil. Einfach, genau. Der Körnel ist so alt, dass ich mich mal traue, wie wir nun so bleiben. Das ist dann quasi eine voll supportete Konfiguration. Ja. Weil Zintour ist supportet und die Hardware ist supportet und dann hätten wir quasi versucht, den Hersteller hinzuzuziehen. Dass der unser Problem löst, aber es geht ja noch. Ja, richtig. Genau. Ja, ist ja noch was dazu. Ja. Ja. Zwei Wochen später. Der E-Six in Berlin. Das ist jetzt ja auch hinter der 2 links. Das hat er eigentlich nicht. Der hat 3 hinter ihn. Der hat 2 nicht. Der ist jetzt wirklich auf unserer Seite zwischen. Ja. Das Einzige, der rausgeht. Auch beide Router sind konnektiert. Am Exchange. Ja. Das ging dann natürlich schmerzfrei. Das ging dann natürlich schmerzfrei. Das hat die Milliere-Zweck-Karten schon kollegiert. Ja. Und die halt dann auch funktionieren. Genau. Das war schmerzfrei. Das war dann schmerzfrei. Ja. 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 Haben wir heute Policy angepasst, wie man es schon sagte? Das heißt, wir haben Word angezündet. Fagger angezündet. Fagger angezündet. Fagger angezündet, genau. Fagger angezündet, genau. Das haben wir dann auch getan. So notwendig heißt, dann wird es schon produktiv gemacht. Also was Quagger halt gemacht hat, war, dass die Noten nicht korrekt in der Vorwarning-Table gelandet sind. Die Information, die Quagger hatte, die die Intim-Quagger drin war, die war korrekt. Wäre das im Lux-Tunneling gewesen, hätte das Vorwarning funktioniert. Hat es aber nicht. Es gab bei uns Default-Routen. Da gab es Zwecke, falls mal das WGP-Down geht. Da gab es ein Outing-Mix zwischen dem Fault-Gateway und uns, weil das wieder zum Zug geroutet hat. Wir haben es zu dem Fault-Gateway geroutet und das ist wunderbar. Ja. Hier ist ein Kreis und das ist kaputt. Schauen wir uns jetzt an. Und dann kann man Quagger durchtreten. Und dann hat es Fagger alles. Es gibt zwei verschiedene Dinge, die man im Kontext nochmal erwähnen kann. Das eine ist die Router-Information-Base. Das andere ist die Forward-Information-Base. In der einen werden die Informationen über alle bekannten Routen gesammelt. Das heißt, darin tauchen alle BGP-Pfade auf, die bekannt sind, um zu einem Subnetz hinzukommen. In der anderen landen nur die Routen, die aktiv selektiert wurden. Das heißt, wenn ich jetzt zehn verschiedene Routen habe, davon sind dann vielleicht zwei Gleich-Routen am kürzesten, dann werden nur die zwei, die Gleich-Routen sind, in das eigentliche Vorwarning übernommen. Das heißt, in die ganz normale Front-Routing-Tabelle. Und das hat halt in dem Fall nicht funktioniert. Ich hatte immer die Nase voll am Wochenende, wo ich feierte. Ja. Dann habe ich dann mal angefangen, das Ganze zu übersetzen. Vorher hat man gehört. Wir sind gehört auch nochmal schöner und richtiger und toller zu machen. Hat dann zwei Tage Arbeit gekostet. Und das, was ich kenne, ist idealisch daraus gekommen, was so 1.200 Zeilen Offenbarationscode hat. Ja. Wir haben eine Pre-Version davon auch veröffentlicht, glaube ich. Sogar mit EGP-IBGP-Passwort. Das IBGP-Passwort. Ja, sonst hast du ja keine gar Informationen oder Konfektionen. Das kann man ja ausgeben. Wir machen das transparent. Das ist ja auch ein kommunistisches Ritern. Mittlerweile ist es auch erledigt. Also es ist getauscht worden. Bisher der TACO braucht der nicht. Genau. Nicht funktionieren. Ja. Was noch passiert? Ja. Es sind zwei Dinge passiert. Drei eigentlich. Das erste ist, dass in Düsseldorf der ASICS angeschlossen worden ist. Allein der Router. Über den sehr physikalischen Port haben wir einen Transport nach Berlin bekommen. Hier. Das ist in der Mitte. Das ist ein L2 VPN. Das heißt, das ist eine Infrastruktur wie ASICS. Und der muss auch einen Tunnel konfigurieren. Mit definierter Wandplan von einem Gigabit. Und den können wir voll machen. Der Traffic, der vorher von Berlin nach Düsseldorf musste, der musste über KW-Tunnel. Das sind drei Parallelenwege hier. Wie ihr seht. Dieser hier. Dieser hier. Das sind KW-Tunnel. Die wir vornäufig nützen würden. Die Naturgewehr ist relativ schlecht. Und das L2 VPN haben wir da aktuell null Traffic gebraucht. Alles gegenüber den ASICS. Ja. Was echt schön ist. Was wir jetzt heute bekommen haben, ist für die Hamburger ASICSport hier. Ja genau. Die haben wir auch einbekommen. Und jetzt haben wir noch einen Transport bekommen. Von Hamburg nach Berlin. Deswegen haben wir hier direkt noch einen Transit zum Freifen Hamburg. Wir sind deren Transit. Und die sind unser Transit. Ja. Bilateral Transit ist relativ selten da draußen. Ja. Haben wir aber in dem Fall auf jeden Fall. Das ist aber davon viel Geld. Ja. Wir haben jetzt mal von ASICS und BASICS gesprochen. Von Internet-Exchanges. Im Grunde für alle, die sich da noch nichts vorstellen können. Denn Internet-Exchange kann man sich im Grunde vorstellen wie einen großen Switch. Der ist halt ausgedehnt entweder an einem Standort wie Frankfurt. Der kann aber auch total verteilt sein wie der Nutschul-Internet-Exchange. Da wird gleich nochmal kommen. Da hat der vielleicht 130 Standorte der Switch. Das heißt, die sind alle miteinander verbunden. Das ist aber alles ein großes Ladensegment. Und ähm... Kerner Lahn-Party. Genau. Kerner Lahn-Party. Und ähm... Was man da jetzt tun kann, ist... Man kann halt mit... Wir können gucken, wer ist da noch verbunden. Und man kann zu anderen Menschen hingehen und sagen, so, wir sind halt in dem selten Lahn-Segment. Lass doch mal miteinander pieren. Und man konfiguriert dann halt so eine BGB-Session zwischen seinem autonomen System und zwischen dem autonomen System eines anderen. Und diese autonomen Systeme reden dann miteinander und tauschen die Routing-Informationen aus, wie wir das dann mal ganz am Anfang gesehen haben. Und ähm... Dann gibt es bei einem Internet-Exchange noch so etwas wie einen Route-Server. Route-Server werden halt von einem Internet-Exchange betrieben. Und der Route-Server, der ähm... Gibt sozusagen konzentriert die Route-Informationen weiter, dass man keinen Full-Mesh bauen muss zwischen Standorten, sondern dass man sozusagen das mit dem Route-Server verbindet und von dem alle Informationen dann bekommt über die Leute, die auch mit dem Route-Server verbunden sind. Das heißt, damit erreicht man halt schon ziemlich viele. Es gibt welche, die haben eine Policy, dass sie nicht an Route-Server connecten, so etwas wie der DFN. Das ist auch der einzige Pier, für den wir einen Vertrag unterschrieben haben, glaube ich. Und ähm... Ja, das ist im Grunde der Hintergrundbau Internet-Exchanges, ECX, B6, NLIX. Genau. Super. Noch ein Detail, als wir diesen Link dazwischen angemacht haben. Zeige ich einmal. Als wir das Ding konfiguriert hatten, waren das so und so anschalten und zwar an der BitTraffic. So waren die Dimensionen sozusagen. Das hat durch das öffentliche Internet vorher gegangen, entkapsuliert den Gerät und später dann halt über die direkte Strecke. Dann hatten wir noch einen anderen, interessanten Vorfall, da kommen wir vielleicht noch später zu, ne? Vorfälle brauchen wir. Ja, genau. Ja, noch der NLX, die wir uns gerade erwähnen, hat der NLX, der hieß mal NLX, und haben eine relativ große verteilte Plattform in Niederlanden besrieben. Mittlerweile auch in Deutschland, ich glaube auch in UK. Ja. Wir haben halt 130 Standorte in Europa, der NLX. Weil man ein Nieder mit Portion nimmt. Genau. In Summe an drei Standorten. In Frankfurt, in Berlin und in Düsseldorf. Und den konnektiert es mittlerweile halt Berlin. Düsseldorf ist ja PostConnect geordert. PostConnect ist im Grunde im Location-Umfeld ein langes Kabel. Das nennt man vielleicht auch Private Network Interconnect. Das ist halt Synonym. Und das verbindet einen quasi aus seinem Rack mit einem fremden Rack. Das heißt, man hat im Grunde ein Patch-Panel in seinem Rack drin und sagt dann dem Location-Anbieter wie in der Interaction zum Beispiel Bescheid oder an der Speed-Bump Bescheid, ich möchte gerne verbunden werden mit Carrier XY auf dem Patch-Panel-Port sowieso. Das nennt man dann die Mark. Das heißt, es gibt immer so eine Information, welcher Port auf welchem Panel bei welchem Rack und die teilt man den Colocation-Anbieter mit und der steckt dann quasi eine Verbindung von dem einen Rack zu dem anderen Rack. Und darüber kann man dann halt Daten austauschen. In dem Fall binden wir uns darüber zum Beispiel an die Interne-Exchanges an. Das heißt, wenn wir so einen Interne-Exchange an den Router anstecken, dann ist der erste Schritt halt, dass man zu dem Colocation-Anbieter halt hingeht und dem sagt, ich hätte gerne einen Post-Connect zu die Mark sowieso und dann steckt er den und sagt okay. Dann ist der nächste Schritt im Grunde, dass man den Port bei sicher auch in den Router reinsteckt und dann landet man erstmal in seinem Quarantäne-Laden. Da kann man nichts kaputt machen. Da kommt bei der Interne-Exchange dann, ob der Router vielleicht auch Müll verschickt. Oder ob der Router halt für Tyson gesendet oder ob der irgendwelchen anderen Quarantäne-Schreiß macht. Das haben wir bis jetzt noch nicht getan. Aber man sollte halt gewisse Sachen einfach tun, um das zu verhindern. Gibt es halt ganz nette Dokumentationen vom Am6 zu, was man tun kann auf einem Linux-Butter, um nicht negativ an einem Excel-Exchange aufzuteilen. Das haben wir vorher gelesen und haben das getan. Ja genau. Der P9 kann aber auch für was anderes sein. Das haben wir zum Beispiel in der S11 in Berlin, um von denen im Grunde auch die Transe zu bekommen. Ja. 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 Okay. Die Situation ist die, dass in Frankfurt alles abgebaut ist innerhalb von drei Tagen. Erst einer sich verabschiedet, dann der Zweite. Also wirklich hardware kaputt. Die ist kaputt. So. Während der eine noch lebte, habe ich versucht auf dem anderen, auf das IPv1 zuzugreifen. Mit dem Power-Button gedrückt. Es passiert genau gar nichts. Wenn man die Spannung in den CPU ablesen wollte, stand einfach so, none. Bei den Fahnenwerten stand dann, none. Bei der Spannungsversorgung vom Netzteil stand da so, none. Dann passiert nichts mehr. Und der zweite Hut hat es dann auch verabschiedet. Da habe ich schon auch nicht hardware dazu gehört. Die können wir den Remote schalten lassen. Es gibt dann die Möglichkeit, den Strom auszuschalten und den Strom wieder drauf zu geben. Dann kommt der eine von den beiden wieder hoch und verabschiedet sich nach Stunden wieder. Ja. Es eskaliert etwas. Also das ist vielleicht auch mal so eine Sache, die man daraus mitnehmen kann. Wenn man jetzt irgendwie versucht eine Plattform zu schaffen, die halt Traffic verträgt, dann wird das halt auch genutzt. Und das ist im Grunde jetzt das Ergebnis davon. Es ist halt konstant mehr. Am Anfang sind wir halt mit Null hinweg gestartet vor einem Jahr. Jetzt sind es halb viel Gigabit. Das ist eine interessante Wachstumsorte. Und dann müssen Sie sich mal bewusst machen, wir kriegen vieles kostenlos. Also wir kriegen fast alles kostenlos. Alle Exchanges, die Thomas und Olli gerade genannt haben, sponsoren uns die Ports, für die man normalerweise erst ab viel Geld zahlt. Monatlich. In den ganzen Cross-Connects, diese Kabel sind teurer als im Genia-Mark. Monatlich. Also um eine Zahl zu nennen, man kann halt damit rechnen, dass so ein Cross-Connect zwischen 45 und 70 Euro im Monat kostet. Also dafür, dass da ein Kabel steckt. Genau. Dafür macht der Co-Location-Anbieter nichts anderes als ein Kabel stecken. Genau. Und ihr kassiert ein Setup-Güber dafür. Ja. Das war es so. Und jetzt sind wir nun bei den Anschlüssen. Da würde ich, dass wir da noch Traffic durchschieben, würden wir auch noch bezahlen. Mindestens so 40 bis 50 Cent pro Mbit. Also mal 4.000 Euro. Das ist jetzt so ein politischer Hintergrund im Grunde. Man kann halt entweder mit allen Menschen Peeren, die es auf der Welt gibt, dann erreichen man halt auch alle 550.000 Netzwerke. Muss man ein bisschen Transport kaufen in andere Kontinente und so. Das kann man halt schon machen. Das ist halt aber von einem größeren Geldwerk abhängig. Darum macht man das in der Regel nicht, seit man ist Google. Entschuldigung. Ihr oder andere, andere Toren, genau. Und dann nimmt man besser halt einen Transit-Provider. Der Transit-Provider, sowas wie eine Level 3, die sind halt connected in ganz viele Netzwerke. Und die bezahlt man dafür. Und das ist das, was Max gerade sagte, das kostet halt ungefähr 40 bis 50 Cent. Je nachdem, zu welchem Netzwerk man das halt hinschieben möchte. Das Peering ist in der Regel halt Zero Settlement. Das bedeutet, man zahlt gegenseitig nichts. Das heißt, man zahlt seinen eigenen Scheiß, der andere zahlt seinen Scheiß und dann ist alles gut. Das war echt bis jetzt immer Usos. Bis es halt jemanden gab, wo er dachte, Mensch, lass mal alle Menschen, die hinter meinem DSL hängen, was ich Menschen anbiete, nutzen, um andere Content-Anbieter damit zu erpressen, dass ich sozusagen... dass ich dann Datenverkehr hinschaufe. Weil wenn ich jetzt sozusagen gemerkt habe, dass ganz viele Access-Kunden an mir dranhängen mit DSL, ja, und die möchten alle zu einem Content-Anbieter hin, dann hat der Content-Anbieter ja Interesse daran, dass er seinen Datenverkehr losgeht an diese Menschen. Weil er möchte ja, dass sein Service bei den Kunden funktioniert. Und das hat halt diese Access-Provider dazu gebracht, dass die halt nicht mehr so Peering-freundlich sind, sondern dass die halt dafür Geld haben wollen, für das Peering. Es gibt dann halt Modelle, bei denen gibt es halt Paid-Peering, das ist das eine. Und das andere ist halt, dass es Traffic-Ratios gibt. Das heißt, die sagen so, du kannst mir maximal zweimal so viel schicken, wie du von mir bekommst. Ansonsten haben wir halt ein Thema, da müssen wir nochmal über Kohle reden. Das entwickelt sich gerade so. Es gibt da verschiedene Anbieter, die das so anbieten. Alle Großen. Ja, alle Großen. Ja. Worauf ich eigentlich hinausrolle? Das ist alles ganz cool, was wir hier machen. Das ist auch ganz cool, dass alle Leute es nutzen. Dafür ist es ja da. Aber wir können auch nicht garantieren, dass es in ein oder zwei Jahren noch kostenlos möglich ist. Also als Zaumpfahl. Ja. Also alle, die uns sponsoren, sponsoren uns halt. Und die haben natürlich auch interne Abrechnungsthemen. Ja. Da sollte man sich bewusst sein, dass das vielleicht irgendwann mal auseinanderfällt. Und was man halt auch nochmal sehen muss, ist dann im Grunde halt der Hintergrund. Das heißt, Herr Freyland hat das jetzt getan. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt alles bei der Vereinsession dabei war. Gibt es nochmal andere Implikationen? Dann müsste man sich jetzt die Frage stellen, wenn man das zum heutigen Zeitpunkt nochmal so tun wollte, ob man das tatsächlich dann auch mit einem Freifunkverein tun will. Meine persönliche Meinung ist eher vielleicht nicht. Sondern? Ja, das heißt, eine losgelöste Entität zu gründen, die das tut. Die nur das tut. Und die dann halt im Grunde das für Freifunkaffin ist und die das für die halt anbietet. So wie wir das im Grunde jetzt auch tun. Aber dann halt losgelöst in einer anderen Organisationsform. Was auch immer dann da für ein Label draufsteht. Aber vermutlich würde man dann, weiß ich nicht, noch Spekulation, nochmal über Geld reden müssen. Genau. Das, was halt jetzt durch den Freifunkreinland e.V. reingetan wird an Geld, ist ja auch nicht ganz wenig. Wir kriegen nicht alles für lau. Wir müssen die Server kaufen. Wir müssen die Switcher und Netzwerke Düls kaufen, wenn wir es nicht gespendet kriegen. Wir haben es nicht gespendet. Und so weiter und so fort. Wir haben laufende Kosten. Da müssen wir halt nochmal nachdenken. Jo. Ja. Wir waren bereits gekommen. Wir haben ja nicht zu wenig. Ja. Ein Infomopler hat ungefähr ein Verhältnis von 1 zu 1, was Traffic angeht, zu Peering und zu Transit. Das heißt, wir schaffen das ungefähr von 4 Gigabit, die wir gerade gesehen haben, die Hälfte des Traffics wegzupeeren. Das heißt, für den Traffic brauchen wir nichts bezahlen. Den schicken wir über einen der internen Exchanges einfach direkt an das Ziel. Das ist eigentlich eine ganz gute Quote. Und gar nicht jemanden, der das Ziel erreichen kann. Ja. Wenn man auch unabhängig hat. Ja. Zum Beispiel über die Projekte. Richtig. Auch von wir wollen. Genau. Wer ja sagt, es wird dann eventuell kostenpflichtig, in welchem Rahmen würden wir uns dann bewegen? Also was für ein Worst Case? Ja. Also der Worst Case, wenn du jetzt vergoldeten Traffic kaufst bei einem gewissen Anbieter, dann fahrt es 80 Cent. Wenn du nicht die großen Enge hast. Pro Mbit im Monat. Es gibt so etwas wie eine 505-Rennberechnungsgrundlage, die besagt im Grunde, dass du Samples, dann sortierst du Samples, alle absteigend, und dann wirst du die obersten 5 Prozent weg. Und das oberste Sample, was dann überbleibt, das ist im Grunde der Wert, der zugrunde gelegt wird für Nachrechnungen. Und da rechnet man nach Mbit ab, und das Mbit ist ca. maximal 80 Cent, in der Realität zwischen 40, 40, 50 Cent sowas im Jahr. Je nachdem welcher Anbieter. Und was ganz wichtig ist halt auch nochmal, dass es Anbieter gibt, die das viel günstiger tun. Da kann man halt, das ist halt wie immer im Leben, wenn man wenig bezahlt, dann wollen wir auch nicht viel erwarten. Und das hängt halt stark auch immer vor den Vertragsbedingungen ab. Das heißt, wenn ich jetzt einen Vertrag auf 5 Jahre mache, und ich mache darauf einen 10 Gigabit Commitment und sage, ich habe einen 10 Gigabit Sport, den nutze ich auch mit 10 Gigabit und bezahle einen Provider auch dafür, und ich mache das jetzt in 5 Jahren im Vorfeld fest, dann kriegt man natürlich einen günstigen Kurs. Dann kriege ich das irgendwo bei 25 US-Cent vielleicht, ist aber dann halt vielleicht auch nicht so falsch, wie die vorwärtig hat. Ja, wir haben noch etwas in der Pike, das heißt, wir werden, so wie der Cross-Connect da ist, den NLX noch konnektieren in Düsseldorf. Wir werden in Frankfurt die Systeme halt neu erordnen einmal. Wir werden den ASICS an den zweiten Router anbinden in Düsseldorf. Der war bis jetzt immer nur an einem Router angebunden. Dafür fehlt uns aktuell halt noch ein Switch, den wir hoffentlich noch bekommen werden. Dann können wir unsere LSO-VPN-Strecken ausbauen nach Frankfurt. Das heißt, wir können aus Berlin und aus Düsseldorf direkten Datenverkehr nach Frankfurt schicken. Und wir werden dann Frankfurt dann auch den ASICS konnektieren. Das ist halt gerade schon abgesprochen. Der NLX-Board, den haben wir auch schon Düsseldorf gesichert. Den werden wir auch konnektieren. Genau, dann haben wir noch die Initiativen, mit denen wir gesprochen haben. In Düsseldorf, habe ich vergessen. Und wir werden noch die Hamburger an alle drei Standorte konnektieren. Die sind im Moment ja nur in Berlin. Es gibt zwei Gigabit DDZ-Fachweite. Rheinland in Hamburg. Ja. Da laufen Grad zu 50 aber. Ja. Ja, aktuell Standorten morgen haben wir 34 Communities angeschlossen. Es sind ungefähr zwei bis drei im Monat, die neu dazukommen. Aktuell in der Queue, die wir noch erledigen müssen, sind es so fünf bis sechs Stück. Also bei dem Kongo, das gab es so ein leichter Räufung quasi. Weil die wollen das auch gleich quasi in einem Mix zusammen konfigurieren und aufnehmen. Und da kann man sich darauf einstellen, dass der Traffic dann noch mehr wird. Genau, bis jetzt zur Konnektivität von der Community nochmal ein, zwei Worte. Bis jetzt machen wir das halt händisch. Es gibt ein Ticketsystem, da kippt man das rein, dann ist das halt bester Erfolg. Wenn jemand Lust und Zeit hat, dann konfiguriert er das. Der Plan ist, dafür ein Google zu erschaffen. Was diese Konfiguration im Hintergrund automatisch macht. Gibt es auch schon UIs für und sowas. Automatisierung haben wir auch schon mit angefangen. Der Plan war eigentlich das bis zum Kongo das fertig zu machen. Das hat da natürlich nicht viel Platz. Ja. Aber das ist upcoming. Ich hoffe, dass es halt irgendwann zeitnah am Anfang des Jahres und dann fertig wird. Also heißt quasi eine Community meldet sich an, sagt, ich habe hier den Router, das Gateway, was auch immer. Ich hätte da gerne Tunnel. Klick, 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 klick. Einer von uns gibt es frei. Aber man sollte es schneller gehen. Und bei dem... Zeig noch mal das Wüste blühen. Da wir ja jetzt so ein vollvermaschtes Netz haben mit alles unscharfen überall, werden wir auch euch zwingen, dass ihr sechs Tunnel aufbaucht zu jedem unserer Router. Wenn also dann mal irgendwie so ein Standort wie Frankfurt hochgeht, dann kümmern wir uns das überhaupt nicht. Weil uns egal ist, wo der Traffic reinkommt, wir können euch von überall ab wieder rausgehen. Ja. Das kommt dann mit der Automatisierung auf. Damit vermeiden wir den Traffic quasi zwischen den Standorten. Und wir können die Bandbreite dafür nutzen, einen Peer, den wir zum Beispiel in Berlin gelernt haben. Also die Routen, die wir in Berlin von jemandem gelernt haben, auch nach Frankfurt weiterzugeben. Momentan bleiben alle Routen, die wir von den Menschen, die am ESX hängen oder am ESX in Berlin hängen, gelernt haben, lokal. Das heißt, die beiden Routen kennen die, alle anderen kennen die nicht. Und die werden auch nicht in Düsseldorf oder Frankfurt verwendet. Aber es gibt vielleicht Netzwerke, die sind cooler erreichbar, wenn man den Traffic erst intern nach Düsseldorf oder nach Berlin schickt aus Frankfurt, als in Frankfurt direkt abzukippen. Frankfurt ist vielleicht unwahrscheinlich, aber von der Systematik her ist das halt gleich. Dann unterscheiden wir sozusagen zwischen Metro Peers, das sind halt Peers, die wir nur in einem Ort haben. Und wir unterscheiden zwischen Global Peers. Das heißt, für Peers, dessen Routen wir an alle anderen unserer Router weitergeben. Und damit kann man selektiv halt nochmal die Qualität von irgendwelchen Verbindungen verbessern. Und dafür wollen wir dann halt die Bandbreite nutzen, die wir frei bekommen haben, dadurch, dass wir die Konnektivität zu den Communities von jedem Router aus erstellen. Und das macht dann auch den Unterschied, ob wir Peering oder Transit benutzen. Wenn wir das durch unser Netz, respektive den DCs, der dankenswerterweise die L2VPN sponsort, von einem Router von uns zu einem anderen pusten und dann über Peering rausschicken, müssen wir es nicht über den Fahnsinn rausschicken, was uns potenziell kostenvorsachen. Ja. 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 Wir haben neue Peerings, seit wir an Exchanges sind. Wir sind ganz froh über Peerings. Wir wollen den Traffic auch loswerden. Den letzten, den wir dazu bekommen haben, ist, glaube ich, Facebook. Den haben wir konfiguriert, den haben wir auch zum Load-Kir gemacht und zu denen machen wir aktuell 100 Megabit-Traffic. Das ist aber eigentlich gar nicht. Das ist nicht viel. Aber Google macht, ich glaube, 1,2 Gigabit. Ja. Also nur, um eine Relation zu nennen. Das ist halt auch schwierig, das zu analysieren, weil wir keine S-Flow-Daten samplen aktuell. Man kann, es gibt halt einen Protokollerstand, der nennt sich halt S-Flow und es gibt auch Net-Flow, der erfasst sozusagen exemplweise Informationen über Datenverkehr, aus welchem Netz kommt der, zu welchem Netz geht der. Und das für uns interessante ist eigentlich, zu welchem anderen Autonomensystem geht das hin? Oder von wem kommt das zu uns? Dadurch kann man halt rausfinden, wie Traffic-Flow ist und mit wem man vielleicht auch so ein Peering bauen könnte. Weil Facebook ist zum Beispiel am NLX Connected physisch. Die haben aber keine Verbindung zu diesem Route-Server, zu dem wir auch verbunden sind. Das heißt, wir lernen ihre Netze darüber nicht. Sondern man muss dann halt nach Facebook eine E-Mail schreiben und sagen, ich hätte gerne ein Peering mit euch. Und wenn die lieb sind, dann configuren die das und dann hat man halt eine direkte WGB-Sitzung. Das haben wir getan, abgeklappt, haben wir jetzt. Und die liefern darüber halt größtenteils nur, ja, Meta-Informationen aus. Gleiche Content kommt ja aus irgendwelchen CDNs. Das heißt... Markerweise am Orts-Server. Genau. Also die 100 Legabitzen sind reingelangische Inhalte. Also irgendwelche geliked und so weiter. Das ist halt schon relativ viel. Ja, und interessanterweise auch ein extrem hoher IPv6-Anteil. Das ist ja bei einer Pari gewesen, ne? Ja. Also Hälfte IPv6, Hälfte IPv6. Das ist halt daran, dass der Content von den beiden hier über V6 kommt. Ja. Und dass mich jede Community auf V6 ausrollt. Ja. Und das macht dann V6 aus. Genau. Da kommt der V6-Kreffekt halt her. Ja. Wir sind quasi die earlier Doktor, was eigentlich V6 angeht. Genau. Ja. Dann wollten wir nochmal, ja, im Grunde mal sagen, mit wem wir das alles irgendwie so erreicht haben. Weil wir dachten, das wäre eigentlich ziemlich polite von uns, wenn wir sagen, wir Unterstützung bekommen. Weil, das ist ja nicht selbstverständlich, dass uns irgendwelche Kirchen dabei unterstützen, bei dem was wir tun. Und wir haben halt vom V6 in Berlin halt den Inter-Exchange bekommen, den Erzigenger-Report. Vom V6 haben wir den Hamburg in Rüsseldorf bekommen. Und auch in Berlin. Ja, bei AR Wohnen haben wir Co-Location aktuell in Rüsseldorf, in Inter-Action. Ja, das ist halt ein Werk, in dem wir unsere Wohnungen haben. Dasselbe gilt halt für in Berlin. Also in Berlin ist ein lokaler Community ISP, ist halt Individual Networks Berlin. Bei dem haben wir halt unsere Router und alle anderen Dinge untergestellt. Die sind selbst eingebietet bei Speedbone, das ist der oberste. Das ist halt ein Co-Location-Anbieter, sowas wie Inter-Action. Und Speedbone hat uns eigentlich einen ziemlich günstigen Kurs für die Cross-Connect gemacht. Das heißt, wir haben halt nur Non-Ring-Curring-Kosten gehabt. Wir haben keine Manuflier-Curring-Kosten. Das heißt, wir haben einmalig bezahlt und brauchen danach nichts mehr bezahlen. Ja, dann haben wir den B6 gehabt, ja, den ASICs gehabt in Berlin. Und wir wollten eigentlich den ASICs dann bei den Router bringen. Wir brauchten einen 10-Gigabit-Switch. Und was macht man dann? Man guckt, wer kauft die eigentlich? Geht in Google rein und ruft einfach mal die bis dahin so nacheinander. Und bei jemandem hat das dann geklappt, das war mit einer IT-Solution. Der hat sich dann angerufen und dann haben die gesagt, ja, 10-Gigabit-Switch werden wir halt schon spenden. Das ist schon okay. Und dann haben wir halt eigentlich schon den QAX 3300 bekommen. Den haben wir jetzt dafür genutzt, um weitere Router an den Tech-Change anzubinden. Ja, die Sisy-Lam, von denen bekommen wir auch bei V-Transit. Flex Optics hat uns Optiken geliefert. Mit denen haben wir halt jetzt ein Router ausgestattet, um uns halt damit zu verbinden. Weil das halt anders als in vielleicht vielen Netzwerken oder sowas. In der Regel benutzt man halt in dem Umfeld Single-Mode. Das heißt, es gibt zwei verschiedene Fiber-Typen. Es gibt dann Multimode-Fiber, es gibt Single-Mode-Fiber. Die Optiken für Multimodes sind in der Regel bisschen günstiger. Die Optiken für Single-Modes sind vielleicht ein bisschen teurer. Und ja, in dem Providerumfeld wird halt meistens Single-Mode verwendet. So, die supporten uns. Genau. Was haben wir noch in der Pipe? Genau, in den Indizern. Ich weiß, ihr seid oder kennt ihr vielleicht? Die machen in der Schweiz ziemlich viel mit Fiber. Und die werden uns halt unterstützen in Form von einem 10-Gigabit-Port in Düsseldorf. So, über den wir auch dann halt dran bekommen. Ja, Hostserver ist halt ein Kontinent-Mieter. Der hostet halt Server, sagt der Name schon. Und die unterstützen uns halt in Rackspace. Das heißt, wir werden den Pop in Frankfurt einmal anzünden. Einmal mit Roll machen. Den einen an den neuen Standorten. Und werden von da halt auch die Kollektivität dann herstellen. Genau. Ja, jetzt haben wir schon welche. Dann haben wir im Grunde welche in Zutau. Wir haben uns jetzt überlegt, was es wäre richtig geil, wenn wir das noch bekommen würden. Wir mussten ja auch irgendwie so eine Wunschliste schreiben. Und die Wunschliste war eigentlich, ja, schmerzhaft ist momentan vielleicht noch das ganze Linus-Grafel, weil es im Hoding-Umfeld manche Dinge gibt, die einfach wehtun, wenn man damit arbeitet. Und es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man eine Hoding-Plattform hätte, die das halt relativ tut und halt schon immer getan hat. Dann haben wir alles gebaut. Ja, genau. Juniper und Cisco wäre das halt dann in dem Fall. Da hatten wir ja schon mal vorgefühlt. Wir waren ja auf verschiedenen Veranstaltungen halt, um mal ein paar Menschen kennenzulernen. Und Bösezungen würden sagen, wir hätten da auch rumgeschmort. Ja, das müsste man eigentlich noch mal ein bisschen intensivieren. Aber das Menschen kennenlernen. Genau. Und ja, dann wäre natürlich sehr cool, dann halt irgendwie noch einen DSX-Bot zu bekommen, weil das kommt fast in Transit gleich, weil das sind so viele Netzwerke konnetiert, dass man halt dieses Ratio zwischen Peering und Transit nochmal deutlich erhöhen kann, dass man noch mehr über Peering los wird. Genau. Dasselbe geht halt für den AM6. Da weiß ich aus einer sicheren Fälle, dass wir aktuell 120 Mbit zum AM6 machen würden, wenn wir heute den Port hätten. Genau. Genau. Inzidenz. Oder zum Schmerz. Ja, genau. Das Schmerz haben wir gerade schon erwähnt. Grip für Inkontinenz. Ja. Distance. Und jetzt was anderes. Ja. BGC, Inkonsistenzen. Dass auch Quagga selbst nicht mehr wusste, welche Routen es eigentlich von der Gegenstelle gesagt bekommen. Ja. Und wir hatten nicht nur noch unsere Seite Quagga, sondern wir hatten am Anfang, wir bekommen ja einen Transit auch von in Berlin auf Gigabit Kupfer. Und wir hatten da eine sogenannte Full Partial Table. Weil die waren intendiert eine Full Table geschickt. Von denen kamen wir nur 120.000 Routen an. So. Aber komplett random. Konnte keiner sagen warum. Die Konflikt sah super aus. Und so irgendeinen Tag war es einfach weg. So. Und dann war die Tabelle auch immer voll. Weiß keiner warum? Das haben wir gecheckt. Genau. Das hat so viel an. Das war gut. Ja. Alles gut. Genau. Ja. Dann kam der Tag, an dem haben wir den Nails, 2 VPN zu den Hamburgern implementiert. Ich weiß. Oder besser gesagt Nacht. Hätte man vielleicht dann. Ja. Ich muss mal kurz erklären, was da passiert ist. Genau. Wir haben einen Transit mit den Hamburgern hochgenommen. Und ich habe angefangen den Hamburgern die Komplettentwicklung-Tabelle zu schicken. Das war ja beabsichtigt. Das war ja kein Unfall. Der Unfall war der, dass ich ein Attribut an den Routen gesettet habe auf Null. Nämlich die Eisfahrt. Und der Eisfahrt sagt aus, wo kommt das her? Und durch welche Netze ist diese Information gegangen bisher? Und ich habe dann nur unser eigenes EIS eingesetzt versehentlich. Den Rest gelöscht? Den Rest haben wir halt gelöscht. Und das sieht dann so aus, als wenn wir die Quelle sind aller IP-Netze im Internet. Das wäre alles nicht so schlimm gewesen. Weil das ging ja nur zu den Hamburgern. Die hätten uns quasi all den Traffic geschickt. Das hätte gepasst. Das ist irgendwann aufgefallen. Wir hätten es gefunden. Leider haben die Hamburg auch einen Fehler gemacht. Die haben nämlich einen Filter gehabt, der gesagt hat, wenn da als erstes als 201-701 dran steht, dann wird das schon stimmen. Dann schicken wir das raus an unsere Upstreams. Die haben es nur gefiltert. Alle bis auf einen. Die Hurricane Electric hat nicht gefiltert. Die hat es akzeptiert. Und dann hat sich der Dienstherr erkannt, dass uns da ein Fehler unterlaufen ist. Das führte zu ziemlich vielen E-Mails in meiner Wellbox am nächsten Morgen. Und im Netzwerk hat uns, die mich fragten, ey, was machst du mit meinem Präfix? Ich würde mich draufhören. Zumindest war es noch 10 Präfixen vorbei. Also mehr als 10 haben es nicht in die Welt geschafft. Das lag daran, dass auf der Seite Hurricane Electric bei den Hamburgern dran ein Limit konfiguriert, weil das dann nicht mehr als 10 Präfixen erlaubt werden dürfen. Wenn da mehr als 10 von den Hamburger kommen, wissen die, irgendwas ist verkehrt. Wir machen das jetzt mal aus. Es gibt halt verschiedene Strategien, wie man mit Routeninformation umgehen kann, um die Legitimität von denen zu prüfen. Man kann halt entweder sagen, ich kehre nicht, das wird schon passen, wenn der Mitten wirklich mehr als 10 schickt. So, dann passiert das da. Man kann auch sagen, ich akzeptiere nur signierte Routen. Es gibt nämlich auch Routensignierungen. Man kann seine Routen signieren, macht nur keiner. Man kann auch die Datenbank befragen. Es gibt für die RIPE in Europa auch Informationen über Routing-Policies in der RIPE-Datenbank. Das heißt, wenn man sich jetzt seine AS anguckt, in der RIPE-Datenbank kann man auch machen, das ist öffentlich einsehbar. Geht man einfach RIPE.NET, klickt oben mal in die Suchfelle, dann gibt es zum Beispiel 2177 ein. Dann sieht man da Import-Statements und man sieht Export-Statements. Und das sagt halt, von wem man Routeninformationen importiert und zu wem man sie exportiert. Dann gibt es noch so etwas wie Route-Objekte. Die hängen an diesem autonomen System dran. Und die sagen, welche Routeninformationen das AS selber annoncieren darf an andere. Das heißt, wenn ich mich in der Welt konnektieren möchte, muss ich als allererstes für mein Subnetz ein Route-Objekt anlegen. Und muss damit legitimieren, dass ich überhaupt diese Route verbreite. Es gibt dann halt auch Provider, die filtern anhand der Informationen in RIPE-Datenbank, die Präfixe, die die empfangen. Das geht leider halt nur in Europa, weil es halt in anderen Datenbanken wie z.B. Area nicht implementiert ist. Aber es gibt halt auch Provider, die das hardfiltern anhand der Informationen, die in der RIPE-Datenbank entstehen. Arke Electric ist halt ein US-Provider. Und wenn in US das Vertrauen ist auch in Internet, da kann man dann lauten und die glauben einem das erstmal. Das war auch mit den Hamburgern zusammen. Genau. Wir wunderten uns irgendwann mal, dass wir angeblich Präfix geblackt holen haben. Ich war bei IPV6-Präfix, der über die Hamburger zu uns kam. Also irgendwie war der Weg über Hamburg zu uns kürzer als direkt zu uns. Und lustige Antwortpakete kamen nicht an. Ich glaube, es ging irgendwie auch um das Forum dabei. Ich weiß es nicht. Ja, das ging mir auch um das Forum gegangen. Und es gibt dann halt einen Mechanismus, der sozusagen erkennt, dass IP-Pakete aus einer Quelle kommen, die nicht der Weg wäre, auf dem ein Paket zurückgehen sollte. Dann haben wir halt gesucht und am Ende festgestellt, dass das auf dem Weg an einer anderen Stelle halt so gefiltert wurde. Damit will man halt verhindern, dass da halt IP-Pakete rausgehen, die nicht eine legitime Quelle sind. Das ist ja grundsätzlich eine total großartige Idee. Also das dann gehört überall implementiert. Mach das! Mach das! Lest das! Mach das! Aber nicht auf links, wo man irgendeine Art von dynamischem Routing-Protokoll spricht, weil dann Blink-Ulti und das geht voll in die Hose und irgendwelche Netzwerk-Admin suchen sich einen Wolf. Was ist hier passiert? Wir hatten so eine Begegnung damit auch schon anderweitig. Wir haben nämlich Datenverkehr gehabt, der in ein spezielles Team nicht sollte. Der wurde aber an einer anderen Stelle angedruckt. Das heißt, wir haben halt jetzt in einem Weg, wo noch immer diese Filter implementiert. Also noch nicht komplett, aber zumindest für alles, was RFC 1918 ist, schmeißen wir die Daten in die Tonne. Das heißt, BGP-Filter haben wir sowieso. Das heißt, wir akzeptieren von Communities nur die Routen von den Netzen, die die auch selber besitzen. Aber IT-Pakete füttern wir halt jetzt auch. Das heißt, wir gucken nach, ob das Quelle-Ziel aus RFC 1918 ist. Wenn ja, drumherum. Ja, jetzt kommen wir dann zum Abuse. Abuse ist halt so das, was passiert, wenn man ein Provider wird. Dann gespringen Dinge über das Netzwerk, oder so ein eigenes Netz, die nicht allen gefallen. Und dann brauchst du halt irgendwie so jemand, der diese Mails an Abuse-Ads einfach auch mal liest. Und das ist halt so, bei so einem Verein hat irgendwie erstmal der arme Vorstand. Und der Vorstand hat gesagt, so ja, Provider sind wir voll für, aber den Abuse wollen wir nicht lesen. Verwerfen kann man den auch nicht einfach so. Und ich hatte halt so durch arbeitsbedingend vier Jahre Providererfahrung. Und hab da also bewusst so, mit Abuse geht man so und so um. Und hab dann gesagt so, ja, ich mach das mal. Ohne irgendwie zu ahnen, so was da reinkommen kann, wie viel das sein wird. Ich glaub das wirklich anstrengendste war irgendwie so ein Copyright Watchdog, der halt irgendwie Peer-to-Peer-Netzel überwacht und dann so automatisiert Mails verschickt mit, ja, hier hat irgendwer auf eurem Netzwerk den und den Super-Blockbuster in schlechte Qualität geschert. Und die haben wir dann irgendwann angeschrieben und gesagt so, ja ey, wir verwerfen eure Mails jetzt mal, weil wir können ja nichts dagegen tun. Es gibt ja halt so Netz-Fortalität und Peer-to-Peering Agreement und da können wir nicht mal eben in Traffic gucken und sagen, nee, das ist Torrent, verwerfen wir, weil man kann Torrent ja auch legal nutzen. Also, primär natürlich. Und ja, es gibt sonst eigentlich ab und zu so Mails von so Hornipop-Servern, die halt sagen so, ja, so eine infizierte Windows-XB-Kiste ist im Netz aufgetaucht und hat halt irgendwie mit so einem alten Bot-Netz gesprochen, das wir jetzt vernommen haben. Und dabei bleibt es eigentlich auch. Und es gab so ein paar Vorteile, die würden aber alle verunsichern oder so sag ich nichts. Nein, das ist armlos. Ich meine, die Antwort auf diese Fälle, das ist halt immer gleich, wir haben keine Daten, wir können nichts sagen. Genau. Also, wir dürfen ja auch, soweit wir das irgendwie wissen, laut dem Datenschutzgesetz, hierzulande überhaupt nicht ermitteln, wer denn unsere Nutzer sind, weil wir denen da keine Rechnung schicken müssen. Das soll jetzt aber nicht der Freifahrtschein sein, die mit der Straße zu tun. Das geht alles in meine Inbox, bitte nicht. Erstens, das hängt an den armen Mann. Zweitens, sind wir auch verpflichtet, sollten wirklich strafrechtlich relevante Dinge kommen, und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Störerhaften und sonst was wird sind, ich rede von strafrechtlich relevant, sind wir verpflichtet den Polizeibehörden zu helfen, und das werden wir auch tun. Punkt. Da gibt es noch Fragen? Wie sieht es denn mit Bandweitenproblemen aus? Kommt man schon an die Grenze? Wir hatten zeitweise am Standort Frankfurt tatsächlich Bandbreitenthemen, das heißt, wir hatten zu dem Zeitpunkt zwei Router und nicht jeweils einen Gigabit, und da war keine Art von Multipassing konfiguriert, da ist immer ein Link benutzt worden in einer Richtung, und der hat halt schon mal einen Gigabit gepiekt. Da hat es auch ein paar Aufmerksamkeitsverlust gegeben, weil er den halt konvestet macht. Jetzt ist Frankfurt kaputt, das Problem war dann wieder. Nö. Und an anderen Stellen haben wir halt momentan nicht das Problem. Wir haben aber gesehen, wir haben vier Gig, die mahnt, und ich wollte uns erzählen, das wird ein Gig, der ist noch nicht da, das ist ein Gig, der ist da, das ist ein Gig, der ist da, das sind zehn Gig, die sind da, und das ist noch nicht da, das wird aber gestellt werden. Also das wird noch mal zehn Gig durchschnitt, das wird noch mal ein Gig zusätzlich, das wird noch mal zehn Gig zusätzlich, das wird zehn Gig zusätzlich. Das dauert ein Gig, das ist zehn Gig, das ist zehn Gig, das ist ein 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 Gig, das wird ein Gig, das wird ein Gig. Und wer zurückgezählt hat, der weiß, dass vier wirklich kleiner ist als die Summe der gesamte Zündung. Wie viele Stunden habt ihr so pro Woche, die ihr investiert? Das ist ja unterschiedlich. Ja, es variiert. Also die ersten Monate, die du da gesehen hast, wo nichts passiert ist? Also entgegen einiger Aussagen, die man vielleicht im Forum lesen kann, dass so einer sich von alleine betreibt und dass man an Chimling-Tender-Exchanges sowieso keine Daten los wird. Das mit den Chimling-Tender-Exchanges klappt hervorragend, sieht man. Und das mit Device betreibt sich von alleine, ist einfach unbar. Also ich würde behaupten, das sind mindestens, ja, schon in den Wochen. Also in den Wochen, wo wir die Exchanges angeschlossen haben, war eigentlich schon ein bisschen Zeit drauf. Weil dieses Debugging, was, wenn der ConnoBody ConnoBody kommt, hat halt echt fast eine Woche gedauert und das ist super nervig, weil... Das ist ja jeden Abend, wegen der Zeit auch überhagelt. Ja, wir gehen bei Exchange anschließen. Thomas hat das Blech nach Berlin gefahren, hat da was angeschlossen. Unser Hostart in Frankfurt, in Frankfurt-Müsseldorf, hat da was angeschlossen. Ja. Das heißt, die waren unterwegs, ich habe es dann mit dem Board konfigurieren. Das heißt, es macht da nicht nur einer, das kostet schon von mehreren Zeit. Das heißt, dann machen wir es noch im Vier-Augen-Prinzip. Ja. Damit es halt nicht hoch geht. Ja. Genau. Eine Sache haben wir noch eingeführt, die wir nicht erwähnt haben jetzt, ist die Mailing-Liste. Es gibt einen Weg, wo eine normalen Mailing-Liste, auf die kann man sich selbst schreiben. Und wir versuchen eigentlich, Changes im Vorfeld anzukündigen. Das heißt, wenn wir irgendwelche Dinge tun, damit Sachen nicht funktionieren oder damit sie wieder funktionieren, ja, einfach subscriben, da schicken wir halt sowas hin, wenn wir irgendwelche Dinge ändern. Ja. Jetzt sagtest du ganz am Anfang, ob man das nochmal alles wieder so machen würde, wie man es morgen machen würde, ist halt die Frage. Ja. Jetzt nehmen wir mal an, Freifunk wächst weiterhin so, wie es jetzt gerade wächst. Im Moment ist halt so, okay, ein paar Communities kommen dazu, wenn ein paar größere Communities dazu kommen, dann wird es auch mehr. Ja. Nicht eine Explosion, wie gesagt, ins Gesicht, was Kleins angeht. Wo würdest du sagen, wann müssten wir halt, ich kriege jetzt mal von deutschlandweit, eigentlich anfangen, uns da nochmal hinzusetzen und zu sagen, okay, vielleicht müssen wir uns nochmal, weil wir sagen jetzt mal, in zwei Jahren, in drei Jahren sehen wir jetzt schon, kommen wir irgendwo hin, dass wir jetzt halt, wie lange sind das in der Vorlaufzeit, was wir sagen, okay, vielleicht sollten wir nächstes Jahr über nächstes Jahr in fünf Jahren anfangen zu reden, was, weiß ich, was ist die Version 2 davon? Es hängt ja von vielen Dingen ab. Es hängt ja von vielen Dingen ab und es sind auch verschiedene Komponente ja beteiligt. Also das, worüber wir jetzt gesprochen haben, das ist im Grunde ja nur die Infrastruktur, um in 20 Bytes zu übersetzen. Das heißt, wir übersetzen halt hierbei für Apple 4 und wir übersetzen halt die Apple 6 Adressen. Das, was da jetzt natürlich nicht berücksichtigt war, sind die ganzen Supernodes. Das heißt, das ist ja im Grunde von Content-Netzwerken Google Richtung Supernode-Hosting-Hetzen ab. So, das ist halt nicht so schlimmer Traffic, den kriegen wir da irgendwo unter, auch wenn das jetzt sich verdoppelt auf 8 Gigabit. Dadurch, dass es so verteilt ist, ist das erstmal kein Problem, weil die Menschen das unterstützen. Wo wir ein viel größeres Problem haben aktuell, damit meine ich jetzt uns dazu bei Vorarlern, ist das Hosting von Supernodes. Das heißt, wir haben sehr viele Supernodes, sind so 120 Stück, die wir auf irgendwelchen Flächen haben, die wir hosten. Die erzeugen, weiß nicht, 8 Gigabit Traffic oder so, alle zusammen. Was mit dem Netz jetzt aber nichts zu tun hat. Genau. Das heißt, da reden wir über Traffic, der kommt aus dem Netz per Greh zu den Supernode und geht vom Supernode per FastD oder per L2 weiter zu den Knoten. Und das ist perfekt, der geht in den Exzessnetze. Und das, was über Exzessnetze ist, habe ich ja gerade erzählt. Das heißt, das ist halt das Problem, was eigentlich entsteht. Und wenn man das halt komplett betrachtet, dann kann man das einfach mal entladen, 40 Cent bei L2 mit. Ganz einfach. Und wenn man glaubt, das kann halt auch kostenlos gehen, falsch geglaubt, funktioniert nicht. Selbst wenn wir bei dem kompletten Backbone bleiben und dem Problem, der ja dann mal ausklammern, den du noch mal jemand gemalt hat. Wir kriegen immer mehr Peering oder wir versuchen es zumindest. Das heißt, das ist gar nicht mal das Problem. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Warum machen wir den ganzen Scheiß eigentlich? Das ist ja nur ein Legal Stunt eigentlich, um eben diese paar Bits zu übersetzen. Weil wir halt dieses dämliche Konzept haben, an dem ja gerade auch politisch geschraubt wird. Wird das schlechter? Müssen wir sowieso gucken, wie stehen wir da noch? Wenn es da mal irgendwie eine ernsthafte Aussage dazu gibt, auch eine belastbare, wird das besser, können wir das ganze Ding vielleicht anzünden und jeder macht es selber. Und davon hängt ziemlich viel an. Auch von diesem ganzen VDS-Thema haben wir auch eine ganze Menge ab. Je nachdem, wie sich das jetzt ausprägt, ob wir uns den Schuh anziehen müssen, wir wollen natürlich nicht. Wenn wir müssen, müssen wir uns überlegen, wie machen wir das? Kommen wir da irgendwie raus? Ja. Worst Case, ja. Wir schalten das Ding ab, wenn wir VDS anschalten müssen. Also der Plan dafür ist eigentlich nur so, dass man das erstmal auf Teilumständen verhindert, das zu tun. Es wird ja irgendwo mal eine Sache geben, wenn das dann halt noch dauert, bis das Weg dann wird. Gibt es ja Schlupflöcher dafür, für kleine Provider, vielleicht die keine Kohle haben, um unsere Infrastruktur zu finanzieren. Vielleicht kann man durch eins dieser Löcher durchspuchen. Wenn das geht, alles gut. Und wenn es nicht geht und man deshalb jetzt die Umlagen aufzuzeichnen, bleibt eigentlich viel anders übrig, als das abzuschalten. Genau. VDS kann ich vielleicht noch zwei Worte dazu sagen. Der Verein ist Teil der Verfassungsklage, die, also wir haben hier gut unterschrieben und ist auch abgeschickt und sind auf dem Weg zu den Verfassungsgerichten. Es wird sich zeigen, was da jetzt passieren wird. Es wird auch eine ganze Zeit dauern. Es gibt eine Übergangsfrist von 18 Monaten, bis die Sache dann in dem Weg umgesetzt sein muss. Es gibt ja die VDS bereits, es ist beschlossen und es ist auch sozusagen in Kraft, aber es gibt eben diese Übergangsfrist. Und da wird sich jetzt entscheiden, was ist die Pflicht für die Provider, was haben die Provider überhaupt zu tun. Weil die Auflage dafür kommt nicht aus dem Gesetz, sondern aus der Bundesnetzagentur. Also die Bundesnetzagentur ist die Regulierungsbehörde, die beauftragt die Provider, was sie zu tun haben. Das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Ja. Dieser Reinhard-Backbone lässt sich nicht dezentralisieren, wenn man Communities hat, die ja selber Infrastruktur bauen? Ja, das ist ein Problem mit. Grundsätzlich, ja. Wir haben jetzt die Hamburger zum Beispiel. Das heißt, die Hamburger haben ja keine eigene rechtliche Entität. Die haben von uns ein autonomes System bekommen. Die haben von uns ein IPv4-Space bekommen. Die haben aus einer anderen sehr, sehr freundlichen Quelle ein kleines Schlipselchen IPv4-Space bekommen. Das war sehr, sehr lecker. Und das ist auch schon ein Produktiv. Und das kann man natürlich auch so Copy-Pasten für andere Communities. Was man daneben auch noch machen kann, ist bei RIPE ein Provider-Independent-Adress-Space beantragen V6 und ein Provider-Independent-AS beantragen für eine Community. Das Problem ist damit die Policy. Das heißt, es gibt dann halt Policies, die die RIPE ist im Grunde ein ausführendes Organ für eine Community. Das muss man bescheiden, es gibt halt RIPE und NCC. NCC ist sozusagen die Organisation, die die Verwaltung macht, administratives Zeugs tut. Und ja, Adress-Space zuweisen und schaut, dass die Policy dabei immer eingehalten wird. Und die Policy sagt halt, man darf keine Sub-Eignments aus einem IPv4-6-Block-Cup machen. So, das heißt, wenn ich jetzt diesen Blog als Freifung-Community bekomme, dann darf ich halt keine Adressen an irgendwelche Menschen rausgeben, die sich ins Freifungnetz einwählen. Das ist halt so ein bisschen doof. Bei PI-Space sagt man das nicht. Ja, bei PI-Space sagt man das nicht. Und wenn man das nicht tut mit PI-Space, das heißt Provider-Independent-Unabhängig, man kann es mitnehmen zu anderen Providern, wenn der Freifung-Reinland irgendwann nicht Provider sein sollte, dann kann man es im Grunde halt auch lassen, weil es halt nur organisatorisch dezentral ist. Aber nicht rechtlich dezentral ist. Das klang auch gerade so ein bisschen einfach, aber darum ist der Anfang, was du auch gesagt hast. Die Hamburger hat ziemlich viel Glück, ein Slash24-Netz zu kriegen. Das war auch vonseite der, die das gesponsort haben, ziemlich viel Kraft hat, das freizuschauen. Das zu kopieren, ist schon technisch echt aufwendig. Aber diese ganze Infrastruktur aufzusetzen, jetzt aber zwar ein Zwei-Linungskissen irgendwo, jetzt gleich zu schrauben und das zu bezahlen, zum Sponsor zu bekommen, ist, glaube ich, nicht so dramatisch wie überhaupt den V4-Space zu bekommen und das zu können technisch, um halt im Internet zu sein. V6 ist relativ easy. Ja. Wenn ich richtig informiert bin, ist Chaos Darmstadt und Freifunk Darmstadt auf einem ähnlichen Weg gerade. Wir haben auch Glück. Glück und gute Unterstützer. Wie sieht es aus, welche Tipps könnt ihr, als Leute, die das alles schon mal gemacht haben, jemandem geben, der so startet? Auch im Hinblick auf vielleicht Dezentralisierung, Lastverteilung. Was sind denn eure Ideen dazu? Ja, als allererstes sollte man erstmal, glaube ich, erstmal irgendwie Erfahrungen sammeln. Am besten interessiert die VPN, ja. ganz viel rumspielen mit BGP, weil wenn man mit so Menschen redet, die halt im Internet unterwegs sind, dann haben die gewisse Vorstellungen davon, wie man Dinge tut. Und man sollte halt, dass da, ja, die Sachen nicht verpacken. Weil dann verärgert dann irgendwelche Menschen damit. Und... Nicht negativ auffallen. Genau, das ist halt echt eine wichtige Sache. Aber ansonsten, weiß nicht. Am besten mal dann wirklich mit uns reden. Also da jetzt pauschale Antworten drauf zu geben, ist, glaube ich, schwierig. Sehr schwierig, ja. Das Setup kann man kopieren. Das ist natürlich jetzt relativ groß. Ich glaube, für eine eigene Community wird sich das nicht lohnen, das so zu kopieren. Ja. Da würde man irgendwie ein, zwei, drei Bäche irgendwo hinwerfen. Zwei reichen ja vermutlich. Erstmal kann er es da kopieren. Aber da kann man bestimmt Blöse umfinden. Im Zeitungsrat kann man uns ja auch als Backup nehmen oder ähnliches. Also da sind wir natürlich bereit, die Güte zu helfen. Wir passen da jetzt auch in Hamburg an was. Ja. Vermutlich wird es auch irgendwelche Kooperationen mit den Darmstädtern geben. Mal gucken, ob da irgendwas geht oder nicht. Ja. Kann man alles tun. Wir wollen jetzt nicht der alleinstehende Provider sein. Wir stehen niemandem im Weg. Wir helfen gerne. Genau. Für den Fall, dass wir als Darmstädter uns überlegen, vielleicht theoretisch irgendwann mal so etwas Ähnliches zu machen wollen wie ihr. Würdet ihr das uns raten oder würdet ihr sagen, haltet euch das bloß nicht an, macht das für eure Community? Also ich sag mal so. Man muss mindestens, also ich würde sagen, so wie wir jetzt hier stehen, das ist das Minimum an Personen, was man dafür braucht, um sowas zu tun. Ja, das heißt, man sollte halt im Vorfeld wissen, dass man genug Personen hat. Das wussten wir vielleicht nicht, hat sich aber glücklicherweise ergeben. Weil gestartet sind wir halt in geringe Nahbesetzungen. Aber es ist dann halt doch so, dass sich das doch so entwickelt. Das ist halt eine ganz wichtige Sache, glaube ich. Wir brauchen Leute, die das einfach selber auch machen und die da Spaß dran haben und die dann vielleicht auch ein bisschen mitbringen, um das zu tun. Weil das ist halt was anderes, als ein Einnetzwerk zu konfigurieren. Das muss man halt auch immer so sagen. Das ist aber auch schwieriger, als ein Führung zu konfigurieren vielleicht. Aber es ist auch kein Hexenwerk. Das heißt, man kann sich damit schon mal sondersetzen und die Dinge sind halt auch nicht so kompliziert, wie die Menschen scheint. Ich denke, man sollte es nicht tun, wenn man niemanden hat, der mal bei einem Intertest-Provider mit BGP gearbeitet hat. Also wenn das die allerersten BGP-Erfahrungen wären, und das niemand war, der mal irgendwo was gemacht hat. Und das nicht einfach starten oder jemand, der es mal gemacht hat. Genau. Ja. Das ist ja alles kein Spielplatz. Dann wird man relativ schnell verscheucht. Ja. Tja. Frage, irgendwer? Noch? Ja. War klar. Ja. Unterschied. Kann es ja nur jetzt sein, du switcherst mit mehreren CGB-Reports her damit. Wenn du Lust hast, irgendwie einen kleinen Geldbetrag abzugeben, eine Spende vielleicht an den Freikon Brander.de. Oder Mitglied werden. Entweder als Fördermitglied oder als reguläres Mitglied. Ja. Geht alles. Genau. Danke, Jungs. Ja. Genau. Liebte. Applaus Achso, genau. Im Februar machen wir einen BGP-Workshop in Herne. Falls jemand Lust hat, viel speziell solche Dinge, und vielleicht auch interessiert in VPN, können wir mal schauen. Da wollen wir halt einen Workshop machen, da gibt es eine Akademie in Herne, da kann man auch übernachten. Wer Bock hat, wir würden das auch einfach nochmal ankündigen auf verschiedenen Kanälen. Das ist am 6., 7. Februar, ne? Ja. Genau.